Das Campen Cavallino liegt in Cavallino Tripotti in Wai Nation, Venedig. Das Campen Cavallino ist beliebt unter den Gästen. 81% empfehlen das Hotel weiter. 39 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,6 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel allgemein. Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,7 Sonnen bewertet. Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,7 von 6 Sonnen. Zimmer. Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,6 von 6 Sonnen. Service. Das Hotel bietet eine gute Servicequalität und wird in diesem Punkt mit 4,6 von 6 Sonnen bewertet. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4,4 von 6 Sonnen wert. Gastronomie. Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4,3 von 6 Sonnen als gut bewertet. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.